Hallo zusammen, ich habe gedacht, ich zeige euch heute, wie ich Papier bümmel. Ich brauche eine Schnur, eine Schere und natürlich das Papier. Zuerst nehme ich die Schnur so hin, dann komme ich oben an, mit einer dickeren Zeitung, und dann nehme ich das Papier schön böschen. Dann schauen wir, dass wir hier wieder eine Zeitung haben. Dann geht es los, ich ziehe die Schnur. Ich hoffe, ich habe nur eine Schnur. Dann drehe ich das so. 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 Wenn ich hier die Socken habe, dann drehe ich das so. Dann drehe ich das so. Dann drehe ich das so. Jetzt, wenn es drauf liegt, damit es sich nicht mehr löst, abschneiden. Das drinnen. Wir beginnen gleich. Es ist ein Fakt. Wenn eine andere Signuche ist, Scheibmann hat welche die Schuhe Voila, das war es jetzt hier.